Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und es geht weiter. Die letzten Brigaden aus Longstreet's Corp. sollten spät in der Nacht ankommen, die Konföderierten sind also noch nicht bei voller Stärke. General, wenn es uns gelingt, ihre Truppen auf der rechten Flanke zu zerschlagen, können wir die Schlacht heute gewinnen. Sichern Sie Jace Mill. Jace Mill ist noch safe. Die Brotherton Road, die Verteidigung der Lafayette Road, hat allerdings Vorrang. So, Pause. Attacke. Auch Einheiten verdammt tags. Ihr alle müsst laufen und ihr alle, da bitte dahin. So, Devin zurückkommt und da die Seite sichern. Ich muss die irgendwie entlasten. Lauf, Junge. Ich brauche Einheiten. Kommen wir zurück. Wir müssen die entlasten. Charge. Hier auch. Kommt her. Alter, das ist ein Kanon. Haut die da mal weg. Also, da kommt was. Die geht da mal rein. Kommt hier heute noch an. Hier auch Halt. Boah, da ist natürlich sehr viel Scheiße drin. Er soll nur in den Wald rein. Hier auch. Oh, ich traue mich da schon gar nicht hinzugucken da oben. Das ist gelingt, bin ich richtig. Gegenangriff hier zu machen. Das ist zum Kotzen. So, dann alle mal. Attacke. Müssen die da irgendwie... Müssen die da irgendwie... Von der Seite von hinten, ich habe keine Ahnung. Sie müssen sterben. Arnold kriegt ganz schön einen drauf. Hier. Schießen wir die Kanone da weg. Und... Das ist auch ganz doof. Kommen wir zurück. Zwei Fronten kriegt da. Los. Los. Los, der Kelly muss von allen Seiten, so wie gerade der McDowell, alles abkriegen. Oh Gott, sie halten da nicht mehr aus. Ey, Kanone, könnt ihr alle Mann mal was schön reinbratzen? Ja, wir werden gerade da oben zerfickt. Nicht, aber so richtig. So, halt. Weiter. Wir halten noch Stand. Ich frage mich nicht wie, aber wir halten noch Stand. Alle Mann, Feuer da. Los, los, los. Los. Alter. Alter. Scheiße, ey. Alter. Alter. weiter weiter haben wir da oben noch irgendwie was ist da das ist einfach nur Kanonen ich brauche da noch ein bisschen mehr Einheiten, aber ich traue mich da auch nichts abzuziehen das muss reichen so weiter oh jetzt rennt der das ist schlecht der rennt auch und da kommt was von hinten das ist auch alles scheiße ach ich hab hier warte mal ich hab hier auch keine Truppen mehr ne die zieh ich nicht ab hey, ich bin schon weit vorlaufen wir müssen versuchen die irgendwie aneinander aufzureiben die Deckung hast du das sind viel die sind da gerade Einheiten der Punkt ist so hell wir verlieren den Punkt oh 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 scheiße, scheiße, scheiße wir verlieren den Punkt ich habe diesen Punkt So, verjagt die Schweine da. Union hat Jace Mill gesichert. Ah, das bin ich. Aha! Komm zurück! Lass sie entkommen, da die Schweine. Backlieb von mir her. So, Wakeham, du guckst einfach, dass von da nichts mehr kommt. Weiter nach vorne. Und, Halt! Ich bin jetzt mal mutig und ziehe zwei Kanonen nach dort. Jetzt haben wir sie schon fast eingekreist. Ich hoffe, das bringt was. Na, er läuft. Damit habe ich aber gerechnet. Okay, warte mal. Jetzt ist schon kein Anführer mehr. Der Wacklieb. Und, Halt! Oh, oh, oh! Ich ziehe hier nochmal einen Druck ab. Puh! Wir haben alle Punkte. Ist doch der Hammer. Hier, drüber mal die Kanone. Hier. Der muss hier so seitlich ran. Ja, gut. Die Linie bricht da gerade zusammen. Das ist natürlich bescheiden. Aber, wir haben natürlich hier noch ein paar Leute. Und einfach mal da hin. Die versuchen nämlich jetzt natürlich den Druck zu kriegen. Nur hier so in den Wald, mein Freund. Mehr musst du ja gar nicht. Nur ein bisschen in den Wald. Nur in den Wald. Und 60 Prozent halten. So, dann kommst du als Backup. Und du kommst da wieder hin. Die Kanone ist schon Geschichte. Will in Supply. Ich brauche mal Einheiten. Verdammt. Supply hat aufgegeben. Das ist nämlich gerade ein Scheiß. Wo den anderen Supply? Genau. Sowas interessiert mich. Dass wir die quasi zurückschlagen. Attacke! Wir müssen laufen, verdammt. Charge! Greifen wir an, wir kleinen Schweine. Quinn, komm hierher! Wir zerreiben da alles. Force, zock. Kommt wahrscheinlich nicht an. Aber ich brauche euch da. Ich hoffe, dass wir mein letztes halten. dass wir die Schlacht gewonnen haben. Oh, Buckley! Halt, Buckley! Nicht so übermütig. Zwei irgendwas. Na los! Jetzt einfach ein Flieger kurz mit Napalm. So ein bisschen. Und dann sind die weg. So. Beenden. Wir haben alle Punkte gehalten. Schlacht ist gewonnen. Und... Und... 16.000, 17.000 Verluste. Ich habe es geahnt. Was soll ich sagen? Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich hier alle abziehen soll. Da wir aber diesen Punkt gehalten haben, wie gesagt, hat er ja seine Armee ab. Es ist ja zu dieser Ecke geschwenkt. Und das hat da viel Leben gekostet. Vorteil war jetzt aber auch, dass wir jetzt da quasi hier Leute abziehen konnten und sie einkesseln konnten. Ähm, ob wir das jetzt noch länger ausgehalten hätten, äh, durchgehalten hätten, weiß ich nicht. Ähm, hätte noch mehr abziehen sollen. Ich wusste jetzt nicht, dass es jetzt, äh, zu Ende ist. Ich hätte eigentlich noch mit Gegenwehr von hier unten gerechnet, äh, ja, gerechnet. Aber gut. Gewonnen ist gewonnen. Haben wir einen tollen Orden für gekriegt. Und 11.000 Mann. Das heißt, wir haben ja ein kleines Minusgeschäft gehabt. Oder gemacht. Karriere-Punkte. Mache ich diesmal ein bisschen hier auf Wirtschaftlichkeit. Damit die Waffen mal billiger werden. Kriegen wir Truppen aus, wie ja, 8.000 Mann aus, ähm, Washington holen wir uns mal. Haben wir noch ein paar tolle Waffen. 3.000 Springfield-Gewehre. Ah, überlege ich mir nochmal. Wo sind denn die nächsten Schlachten? Borg Road. Mool Show. Oder Schuh. Und dann Cold Harbor. Gut. Das war's erstmal von meiner Seite. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal ein Like, ein Kommentar und ein Abo da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.